Er ist der schnellste, er ist mit mir zu E gefahren! Ist ja so die meistdiskutierte Waffe zur Zeit, zeug ich das ist nur die Lichtverhältnisse gerade nicht so gut, sind draußen schon wieder hell, ich kann mein Ding jetzt schon nicht heruntermachen, weil es geregnet hat, wie kennt ihr meine legendäre Wohnung, die mir nicht mehr erlaubt, dass man es hier dunkel macht, naja egal, okay Freunde, wir zocken einfach eine Runde Hardpoint auf Nuketown auf ganz entspannter Basis und gucken einfach was hier abgeht, übrigens weil so viele wegen Doppel-EP immer noch fragen, ich habe einen Doppel-EP-Code erhalten von Activision und deswegen habe ich gerade Doppel-EP, aber es wird auch bald zu Ende sein, weil ich habe einfach einen 2-Stunden-Code bekommen und da ich so oft quitte, boah, ich bin nicht eingespielt, das ist das Problem gerade, weil ich so ultra oft quitte, ist der einfach immer noch nicht abgelaufen, also ich habe den glaube ich von einer Woche eingelöst oder so, habe seitdem nicht mal 2 Stunden in Lobbys verbracht, GG's Digga, Nerdshade alter, so wir testen heute mal, ob die Titan funktioniert oder nicht bisher, schwer zu sagen, ich habe einfach auch beschissene Laufwege und so, deswegen kann ich jetzt noch nicht auf die Titan schieben, so gucken wir jetzt mal, ob das jetzt einigermaßen läuft hier, ich bin auch noch gar nicht richtig an Nuketown gewöhnt, muss ich dazu fairerweise sagen, den nehmen wir mal mit, so wo kommt der nächste, versuchen wir natürlich den einen oder anderen Helikopter mal zu erreichen und so, Let's go, müssen wir jetzt mal kurz das Paket hier hinlegen, der wollte mich schon wieder snipen, Digga, also bisher würde ich sagen, ist der Unterschied schon zu bemerken, auf jeden Fall, also ich merke schon, dass es nicht dieselbe Titan ist wie die, die ich zu Release gespielt habe, auf jeden Fall, so erstmal jetzt gucken, die Waffe ist lila, das ist sehr sexy, so ich will aber die Streaks erreichen, das ist mir gerade wichtig, ich will jetzt nicht unbedingt, haben wir einen Heli? Ich werde von No Hands gespawnt, Trapped, Spaß, bitte nicht, okay, wir haben die Hellstorm, jetzt könnten die hier spawnen, ja und das tun sie auch, jetzt müssen wir uns den Helikopter noch holen und dann haben wir es, haben wir die erste, nice Streak erspielt, würde ich sagen, der Tag Chopper ist da, Freunde, der wird natürlich reingeholt, ist klar, kleiner Freestyle, schau, dass der Anfang der Runde nicht so nice war, aber meine Teammates haben natürlich auch ihr Dingens erreicht, freut mich natürlich sehr für die Jungs, ah, schade, bin ich down, ich weiß gerade nicht, auf was ich jetzt gehen soll, gehe ich jetzt auf Kills oder was mache ich? Ich weiß es nicht, erstmal würde ich sagen, kommen wir die Hellstorm raus, ich würde sagen, da müssen wir versuchen jetzt, ja, habe ich mir schon fast gedacht, diesen Anblick hier, dass hier natürlich keiner zu sehen ist, weil die alle im Haus chillen, warte mal, ich hoffe jetzt einfach, dass die hier gleich hinter mir spawnen hier, guck, wir spekulieren mal drauf, ja, genau so ist es, hier habe ich fast jetzt den Kill geschenkt, okay, weil es könnte sein, dass die hier spawnen, irgendwie macht der Heli keine Arbeit, ich weiß auch nicht, was hier gerade das Problem ist, aha, der Sniper, der ist gefährlich, Mann, ist der hier noch? Ja, der ist hier noch, so, gehen wir mal schnell hier durch, wo seid ihr, Jungs, da hinten ist einer, hier ist einer, bitte nicht snipen, der Heli kriegt den hier, oder? Was? Ich werde gesniped, warte, das ist halt belastet, weil so eine Lobby kriege ich halt nie und jetzt ist es die erste Runde des Tages, das ist wirklich merkwürdig, wirklich ein bisschen Pech gehabt, was das Thema angeht, na, was soll man machen, Alter? Ich glaube, da kommt gleich einer, oder? Ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt hier nicht weggeholt werden, ganz billig, da hinten ist natürlich einer, hier muss man immer aufpassen, an diesem Spot, weil es kann immer mal sein, dass die von da ganz hinten kommen, deswegen laufen wir mal ganz schnell hier hin, versuchen jetzt mal hier den irgendwie mitzunehmen, vielleicht challenge-stämmiger, macht der natürlich nicht, ist klar, jetzt haben wir ihn, okay, nice, ja, ich muss es bisher sagen, ist der Unterschied groß, es ist schwer zu sagen, also, er ist, auf jeden Fall ist die Waffe schleppender, als vorher, und sie ist langsamer, würde ich sagen, vom Gefühl, ihr könnt hier die Patch Notes nochmal nachlesen, aber, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie viel, viel, viel schlechter geworden ist, aber sie ist schon schlechter geworden, ich muss jetzt aufpassen, hier, ich muss jetzt wieder hier gehen, ah, Mist, Mann, ich hasse das, Digga, ich hasse dich, mach doch nicht diesen, Alter, die unten ist auf jeden Fall, guck mal, er merkt es gar nicht, es juckt ihn gar nicht, haha, ich schieße ihn an, geh wieder weg, schieße ihn wieder an, es juckt ihn einfach nicht in der Zwischenzeit, aber man merkt schon, dass die Waffe irgendwie anders sich spielt, wenn ich was anderes sage, würde ich lügen, wirklich, man merkt es schon, ich kann hier die Spawns auf null einschätzen, wirklich nicht, ah, hier oben ist einer, alles klar, wahrscheinlich fielst du mich so hart an, oder, spawnen die hier, ja, denk schon, Nein, 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 als ob, bitte nicht, oh, Mann, das wäre früher nicht so, da wäre ich, glaube ich, nicht gestorben gegen die, gegen die Rampart früher, ohne Scheiß jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, hier ist einer drin, oder, oh, ja, let's go, peinliche Hellstorm, Rest in Piss, Die Runde ist halt echt nix Halbes und nix Ganzes, oh, guckt euch das mal an, meine Fresse, Digga, meine Fresse, ja, jetzt auf mich zu snipen, Junge, du Schwein, Mann, also, Leute, Nuketown triggert schon wieder so unnormal heftig, Digga, wirklich jetzt, Digga, also, vom Triggerfaktor ist es mal wieder nicht zu überbieten, ich könnte jetzt schon wieder komplett ausflippen, wirklich, ich könnte jetzt gerade komplett ausflippen, Die Waffe ist Bullshit geworden, ich schwör's euch, Mann, Ich hätte hier gespawn-trapped, Digga, ja, komm doch, Meine Fresse, Mann, Digga, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Drecksspiel, Digga, Wie oft hat er mich jetzt getötet, Digga, sieben Tode von einer Person, acht, Digga, erho- Ich muss das Fenster zumachen, sonst kommen gleich die Polizei, Alter, Ey, meine Fresse, Mann, hör eins auf! Ey, diese Map ist der reine Trigger, ey, Digga, was ist das, Mann? Was für einundzwanzig Tode, Mann? Was laberst du, Mann? Guck mal, wie lange der jetzt gelebt hat, ne? Ganz ehrlich, ich find's gut, dass die über Titan schlecht ist, kann man endlich wieder andere Waffen spielen, die Waffe ist ja der Ultra-Bullshit geworden, kannst du ja wirklich komplett vergessen jetzt. Ich flippe hier gleich aus, Mann. Ja, get destroyed, Bro. Ja, Ajax kommt, Ajax Amsterdam, Digga. Come on, guys, come on. Guckt euch den Typen an, wieder eins vom Heli, ne? Ja, du denkst, du rettest dich, wa? Er spawnt hinter mir! Ich kann nicht mehr! Hellstorm geht nur auf mich, der Typ will mich doch verarschen, oder? Guck mal, Digga, ich werd hier fast gespawnt, killt! 140 Schaden, Digga! Okay, Leute, ich versuch jetzt ein bisschen runterzukommen. Aber das war, ich war grad so getriggert, Alter, ohne Scheiß, Mann. Ich war so getriggert grad. Ich will doch eigentlich gar nicht auf Streaks spielen, ich weiß gar nicht, warum ich die mitgenommen hab. Was ist das, warum hab ich diesen Specialist bekommen? Okay, Leute, ich versuch jetzt ein bisschen runterzukommen. Was ist das, warum hab ich diesen Specialist bekommen? Alles klar, Digga. Danke für Ajax, Mann. Mein Lieblings-Spezialist. Die Tryharden ja alle so heftig. Ist der da eh irgendwo gespawnt? Na, ich lauf genau den dümmsten Weg! Ich bleib jetzt ruhig. Ich rede jetzt über die Waffe. Das ist das eigentliche Ziel des Videos. Ich wollte heute nicht ausrasten, Mann. Guck mal, Digga. Ich dachte, das wäre eine gute Lobby, Mann. Die sah von den Farben so gut aus am Arsch, Alter. Ich kann auch diese Map nicht spielen, Digga. Ich weiß nicht, wie ich sie spielen muss. Komm, komm doch jetzt, Digga. Guck euch das an. Er ist die ganze Zeit da. Okay, so. Kurz chillen. Ja, es war klar. Also, es gibt halt nicht diese Ultra-Noobs. Nicht einen Tag nach... Mann, darf ich jetzt spawnen, oder was? Ey! Boah, guckt euch an, wie er da piekt, Alter. Das Game triggert mich gerade so absolut. Ihr merkt es. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Hm, geil. Jawohl, den richtigen hat es noch erwischt, Alter. Ich bin da gerade ins Prestige gegangen, habe deswegen nicht mal coole Streaks. Das ist gerade so die Frage, was ich mache, Alter. Ich gehe so... Das ist nicht dein Ernst, Junge. Das ist doch nicht sein Ernst, aber man merkt schon, wie langsamer man mit der Titan einfach jetzt ist, Mann. Früher hätte man da noch ganz anders rüberziehen können auf den. Let's fucking go, Mann. So. Ey! Was soll ich denn noch machen, außer ihn zu pre-aim, Mann? Man ist so langsam mit der Waffe. Das war's. Die Regentschaft ist vorbei, Leute. Ich mein's ernst. Ei, ei, ei. Nine Bang wurde genervt, oder? Alles klar, Digga. Muss los. Da muss ich aber los, Freunde. So, wir gehen jetzt hier mit dem Scheißschild. Ja. Geil, okay. Ajax ist wenigstens unbrauchbar geworden. Das ist gut zu wissen. Außer natürlich die Nine Bang. Guckt euch mal an, Digga. Wieso lebt er so lange? Drei Gegner geflasht, Alter. Ja, du bist eh der Beste. Sorry, dass ich in deiner Lobby bin. Ich entschuldige mich nochmal schriftlich. Wahrscheinlich sieht er mich, oder? Ich hätt's mir vorstellen können. Solo ist das Spiel halt wirklich ein Krampf, ne? Es ist halt ein Krampf. Guckt euch ihn an, Mann. Er heult so richtig schlimm gerade, Digga. Er weint richtig. Na, komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. So, gucken wir uns das mal an. Hm, komm her, Digga. Ja, spring schön rückwärts. Und jetzt noch dieser schöne Two-Piece. Zack. Und zack. King Crystal, Alter. Er ist der schnellste. Er ist mit mir zu E gefahren. Boah, mir ist schwindelig. Na, wo bist du jetzt? Genau, dich solltest du erwischen. Jawohl. Schön, den auch noch mitgenommen. Oh, Titan gegen Titan im Headglitch, Digga. Welche Variation ist das? Kenne ich nicht. So, jetzt hole ich ihn mir. Ja, guckt euch mal die Gamer-Attacks der Gegner an. Das war mal eine gute Lobby. Von einer halben Stunde vielleicht, Alter. Jetzt zeigt sich doch. Guck mal, er wartet da jetzt. Ja, hau rein. Viel Spaß damit. Hoffe, du wirst glücklich, Digga. Ja, jetzt kommt er. GG. Trotzdem ein 3er-KD. So ist er nicht. Mann, mit seinem Sturm habe ich ihn geholt. Auch wenn ich jetzt sterbe. Obwohl, vielleicht schaffe ich es. Ich bin hier sehr gut versteckt. Na komm. Jawohl. Geil. Mann, was soll man machen, Digga? Was soll man machen? Es ist die Wahrheit, wenn ich sage, ich werde von No Hands gespawned. Guck mal auf die Minimap. Ich werde hier sofort angeschossen. Ich laufe 1,50 Meter. 1,50 Meter. Ja, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Lasst einen Like da oder lasst es bleiben, Leute. Titan, schlechteste Waffe in der Welt. Haut rein, Alter.